Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie Ihr passgenaues Türkonzept mit dem Online-Planer von RAM Plus ganz einfach selbst gestalten können. Sollten Sie bereits ein Projekt angefangen haben, so können Sie es über die Funktion Datei öffnen jederzeit wieder aufrufen. Für ein neues Projekt wie in unserem Fall klicken Sie jedoch auf Start. Hier übertragen wir zunächst unsere persönliche Raumsituation auf den Konfigurator. Da unser Raum über eine Dachschräge verfügt, klicken wir die entsprechende Kategorie an und tragen im nächsten Schritt die vorhandenen Maße ein. Anschließend wählen wir die Anzahl der Türen aus, die unsere Raumlösung enthalten soll. Sie können hier zwischen drei und sieben Türen wählen. Nun entscheiden wir uns noch für das Modell des Türprofils und die Anzahl der Sprossen. Die Anzahl können Sie für alle Türen gemeinsam festlegen oder für jede Tür individuell einstellen. Danach legen wir noch die Füllung der einzelnen Sprossen fest. Zur Auswahl stehen uns unterschiedliche Oberflächen wie beispielsweise Holz, Glas, Spiegel oder Bambusfurnier. Auch lackiertes Glas in bunten Farben oder Ausführungen in urbanen Farbtönen sind verfügbar. Das gewünschte Material lässt sich mit der Maus ganz einfach auf die entsprechende Fläche ziehen. Dabei können Sie Ihr Konzept einheitlich gestalten oder aber mit unterschiedlichen Materialien und Farben experimentieren. Sollten Sie einzelne Flächen verändern wollen, so können Sie einfach die neue Farbe darüber legen. Ausgewählte Farben lassen sich mithilfe der Maus zudem von einer Sprosse auf die nächste ziehen. Probieren Sie es aus und gestalten Sie Schritt für Schritt Ihr favorisiertes Konzept. Abschließend können Sie Ihr Projekt noch abspeichern, um es zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten. Sie können es zudem ausdrucken oder sich ein unverbindliches Angebot vom Hersteller zukommen lassen. Jetzt tragen Sie einfach die nötigen Daten ein und senden die Anfrage an RaumPlus. Von unserer Seite ganz viel Spaß beim Planen.